uns verschlägt uns jetzt zum angriff auf karkant eine schöne alte map wer sie noch so irgendwie von battlefield 2 kennt und uns schlägt jetzt dahin wir waren zu langsam ja ich muss nicht fahren ihr müsst fahren das wäre jetzt mal eine sache der hat da auf meinen squad mitglied gewartet das wusste ich jetzt nicht aber nun gut dann können wir jetzt hier getrost runter ballern da geht es auch schon los da haben wir schon einen böser Bube genau da und da haben wir Sprengstoff vielleicht können wir ja Sprengstoff vernichten nein wird nicht funktionieren ja gut da können wir ja ein bisschen hier Theorie noch machen und der ist ein Teamkollege da haben wir so bisschen Reparatur wäre vielleicht angebracht aber das werden wir nicht mehr schaffen egal was also erstmal die Karre aufgeben so jetzt haben wir nämlich Zeit für Theorie und zwar ist ja die Map hier altbekannt auch von Battlefield 2 dort wurde ja die Map auch regelrecht tot gesuchtet und ja hier in Battlefield 3 hat sich natürlich nichts verändert außer die Grafik die ist jetzt so schön geil geworden hinter uns ist gebannt und da bin ich tot das erste Mal noch kein gekannt aber egal was die Runde ist noch lang ja die oh ich wurde wieder sehr freundlich netter Sunny nun gut ja wie gesagt die Map wurde tot gesucht damals ich hab's auch tot gesuchtet muss ich ehrlich zugeben ich hatte auch Battlefield 2 ups und äh ja daher ist mir die Map zum Großteil noch bekannt aber äh alles weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig so ich hab's gemerkt da ist jetzt doch hier ah es leckt hier im Gang ist doch gerade irgendjemand draufgegangen da hab ich deinen scheiß Laserpointer gesehen so Junge das war natürlich äh ein Problem weil da haben wir jetzt schon wieder neue Freunde aber wir haben doch eine Panzerfaust dabei mein Problemlöser aber der Panzer ist wieder weg boah alter ich seh einfach zu spät die Namen von meinen Teamkameraden so jetzt kommt da einer rum oder was das sind ja alle ja zwei eliminiert und oh man der ist schon wieder ich hab gerade zwei getroffen Mann Mann was ist trafen? zwei auf einmal du siehst du siehst was fragt ja man denn weil die Lennox manche wäre für das Bierstück ja hat ja funktioniert aber ich hab's dann gelassen wegen dem Treiber von der ehm ehm von der äh antivira lobt den die habe ja keine grafische oberfläche bringt so tja so kommt sie zwei gekillt von einem noch getötet also für dritten schuss reicht mir scheinbar nicht trotz der doch ja sagen wir einfach mal bekannten mehr und du willst mein freund töten also es geht gar nicht so die ich habe ich auch noch erwischt habe zwar nur 12 prozent aber das immer und da haben wir den zehntausender medaille dafür bekommen das ist doch mal freundschaftsbelohnung also ich finde es ja unmöglich dass sie sich hier alle hier in den gängen verstecken das ist relativ gemein und ich bin hier ganz alleine da jetzt kommt der patsche jetzt kommt der patsche schade ja okay so wie sowieso aus war der doch voll besetzt und wenn da dann so ein haufen auf mich losgehen dann habe ich natürlich keine chance so gehe ich einfach mal aua 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 von hinten oh manno immer von hinten ist ja voll scheiße immer von hinten so gehen wir einfach mal hier als versorgung rein wie helfen die mir jetzt einfach mal damit ja wenn wir hier nichts tun dann helfen ihnen sowieso überhaupt nicht so da hast du munition da bist du glücklich damit nummer eins hammer und er hat jetzt erstmal die käme so da habe ich dich schon gesehen und da kommen sie von unten wo ist denn hier jetzt unten und also nicht hier vorne jetzt die treppe runter ach verdammt ja deine 55 punkte kann sich auch sparen es bringt gar nichts ich muss ihn töten oh man mit drei prozent hat er noch überlebt er ist sowas von ein glückspilz hier ha oh oh granate so jetzt kommen sie nämlich wieder die treppe hoch und da tötet er mich da tötet er mich das ist mal wieder ne wirklich derb miese runde trotz dass wir so weit vorne stehen okay die runde hat wie üblich wieder begonnen das ist ja dann nicht so schwierig und helfen wir hier einfach dem kurz der hat dann sowieso nie so viel dabei jetzt ist die frage wo sieht der hier welche da sind wir gerade verreckt ach da sind ja ganze haufen da hätten wir nummer eins aua so wenn haben wir da der chillt hier so richtig in der ecke Tja außenbezirk scheint eine doch Prozent verdammt ich hätte mich so ein drücken da außenbezirk scheint scheinbar doch eine beliebte stelle zu sein für team deathmatch er um ich wurde wiederbelebt hat das aber freundlich dass wir hier den naja ja 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 manno komm jetzt noch mal so ein reanimations ding wäre vielleicht ganz sexy aber dann verbrate ich eben noch so ein paar hässliche äh tickets von uns und da ist vielleicht ein panzer junge du kitz mich nicht der panzer hat angst vor mir das ist ganz schmied da kommt einer von hinten da habe ich auch verdammt der server leckt ein bisschen oh ich habe eine ziemlich hohe ping ich hoffe die äh sekt sich gleich wieder weil das ist gar nicht cool so äh wo sah man denn hier ach da haben wir so einen hübschen kleinen unterschlupf gefunden dann gehen wir erstmal zu b rein so war dahinten da war er ach und da bin ich tot warum ich war doch so schön hinter der mauer versteckt aber der ist sowieso auch draufgegangen ach gut dann stellen wir dem jetzt noch eine munitionskiste hin noch ein bisschen ach verdammt wer sieht denn mich hier die ganze zeit ich bin doch jeder einzigste der schießt also ich fall doch gar nicht auf ja von so hunderter nerds brauche ich doch gar nicht getötet zu werden aua hier ist eine neue kugel nein du nicht so mein squad kollege kann jetzt gerne wieder bei uns scheuen da tja ein bisschen verletzt haben wir ihn da kriegt er mal eine granate vor da hat er noch eine so jetzt weiß ich was der vor hat er will an das auto ran vor der sich hier ins haus ja ach verdammt ach das wäre jetzt zu schön gewesen wenn ich den gekriegt hätte ne ach manno gemeinheit und wir sehen unser team ist gar nicht mal so toll heute das ist unbedingt das auto da ist einer da ist einer da ist einer ach wir mussten beide nachladen und mein teamkarat ist natürlich zu doof und lässt sich von wahrscheinlich auch so ein level 5 noob natürlich killen das deprimiert aber wir wollen ja hier keinen beleidigen nein wir sind ja hier keine noobs wir sind professionelle gamer in stufe 1 bis 5 aber äh recher kill musste noch so ordentlich getebackt ja ich brauche hilfe ich stehe hier so langsam durch so wir haben noch da einen aua 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 nein nein oh manno okay ich bin über so offensichtlich jetzt gerade über die scheiß brücke gelaufen aber äh der muss mich doch jetzt nicht sehen jetzt gehen wir nämlich hier mal wieder rüber äh und versuchen einfach diesen verflixten panzer jetzt mit meiner hübschen sexy panzerfaust noch zu treffen das hat nicht so funktioniert was ich war wieder zu langsam bam macht's nochmal und da kommen sie alle nein nein ich wollte doch die panzerfaust man wieso macht er die nicht rein und geht immer aufs falsche ich hasse sowas da enttäuscht mich battlefield manchmal auf ganzer linie er macht nie die waffe rein die ich brauche ne aber so gut wie ne die aua doch nichts passiert zum glück herr sniper das das ist geil so jetzt gehen wir besuch von hin so das müssen wir natürlich jetzt irgendwie verhindern hohohohohohoho der schein ja ist erledigt wunderbar problem gelöst ja hätte ich jetzt fast gedacht dann hätten wir nicht gedacht äh was haben wir hier wir haben hier ein auto das beschlagnahmen wir gleich mal und fahren da ganz brav mal zu steigen hier mal aus entschuldigung ich dachte du wärst ein feind weil es hier so gerade schön gerumst hat aber wir sehen hier irgendwo ach manu nein 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 das kannst du mir jetzt nicht antun nirgendwo da hochkommen ah jetzt du hast ja schon gekillt der heber das hast du ja ganz brav angestellt so ich hoffe jetzt die sehen mich nicht das wäre jetzt arsch geil macht er hat es auch schon gelöst das scheint ein guter mann zu sein und da kommt der panzer da kommt der panzer glück gehabt auch nein doch nicht doch nicht da habe ich jetzt gedacht er hätte mich nicht getroffen aber das war wohl nix nun gut helfen wir dem mit munitionen schafft er es eventuell hast du wunderbar gemacht hast du echt wunderbar gemacht ich bin stolz auf dich vor allem weil du auch in meinem squad bist so da oben haben wir panzerabwehrschütze sind aber von uns das ist wunderbar kommt ich gebe dir jetzt nämlich die ganze zeit kugeln es macht auch ein paar punkte hat es hat jetzt doch so bitches the boss is back recher kill zehn punkte noch mal extra das ist ganz klasse kommst du jetzt endlich aber nicht nein mit dem tag light oh manno the boss ist tot 17 zu 14 ich mein momentan noch besser als das letzte mal so wo packt denn er er packt ziemlich am arsch der welt dann gehen wir hier bei d wieder rein beim deathmatch punkt ich glaube ich nenne den jetzt deathmatch punkt weil er den punkt d hat ach manno nein das war jetzt so offensichtlich und so einfach nicht dabei bin ich noch mal ich noch mal auch 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 scheiße jetzt sehen wir nichts mehr da kommt einer von uns der räumt hier jetzt hoffentlich gleich mal noch auf ja hier hast du so aber jetzt wieder boss is back bitches dann haben wir hier von hinten jetzt wird es hier kompliziert jetzt muss man hier über sich behalten und vertrauen in seine mitspieler haben dass auch die einmal den arsch retten können jetzt waren wir uns mal ein bisschen dahinter reden weil hier hat der muni nicht sehr viel nutzen sondern schießen verwirrung aber hat scheinbar gut funktioniert hier scheinen sie auch relativ gut zu sein stellen wir hier gerade noch eine muni kiss in der augen gerade 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 da war der wieder schneller das habe ich gedacht es geht weiter oh mein gott die action geht weiter wir sind irgendwo verbuggt auch nicht übel naja hätte ich doch den bug lieber ausgenutzt ach verdammt mal gucken wie doll habe ich denn jetzt gedorfen ach nicht ganz so heftig wir haben gerade mal neun zu prozenten gezogen aber ich weiß wo er ist das ist natürlich vorteilhafter meine ping steigt immer noch höher an aber das ist mir jetzt scheiß egal hohe ping ist gleich hacking habe ich manchmal das gefühl und genau das werden wir jetzt auch gleich tun nämlich uns böse durch hacken klitschen tun ja du bist ein scheiß camper und hast mich gewartet und das werde ich jetzt ändern ach nee jetzt rennt der auch noch weg das ist ja ganz blöd wo bist denn du ziemlich bescheiden da wollen wir nicht rein am platz das ist gut aber es macht recht bumm ich hasse sowas ich weiß doch gar nicht wo ich hin muss aua 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 das treibt natürlich meine kd in keller 18 zu 18 Peinlich, peinlich Mein Auto So, jetzt müssen wir hier brav vorbei Ah, wir müssen davor Da ist ein Sie Leute Es ist So ein Fisch Hier sitzt am Gewehr Und sieht sie nicht, auch wenn sie bei euch stehen Ich muss fahren, ich muss aufpassen Dass ich nichts ramme, das ist ja klar Dass ich da hier nicht auf alles gucken kann Und da sind sie wieder Oh man Ja What the hell Who heck Null Niemand deckt hier Wir haben ein feindliches Fahrzeug in eurem Gebiet entdeckt Ja, die Chatweise ist jetzt auch wieder ganz brav Äh, oi Gleich mal wieder irgendwo angedockt Ja, würdest du einfach mal deinen Fucking Arsch bewegen Und da bin ich auch wieder tot Wo kommen denn die ganzen Leute auf einmal her Ja, und schon ist in meinem Negativen Das hat sie jetzt gebracht Äh, gehen wir einfach da rein Und gehen raus Und können wir etwas machen Und da What the hell Lacker Oder Nee, das war da Hä Alter, überleb Überleb Oder wie auch immer Oder was auch immer Alles Auf alles schießen Was sich bewegt Auf alles Ich will jetzt nicht drauf gehen wegen dir Oh, tschüss Ah Mir geht's gerade ja sowas von Ah, das sind alles Freunde Ach, da war einer Ach, Mann Ach, nö Ach, verdammt Immer diese Hunderter Suchtis Die stehen immer ganz weit vorne bei sowas Ja, wär auch schlecht Wenn nicht Dann wär's ja irgendwie ein komischer Spieler Aber Sowas Treibt einen doch irgendwie leicht im Wahnsinn Problem halt bei der ganzen Sache hier Unser Team verliert Haus hoch Aber das Wissen wir doch jetzt So langsam schon Ähm Ach, verflucht Ich hab doch noch ein Headshot verpasst Aber Musste jetzt nicht sein Ja, ihr merkt Ich spiele wie immer Brutal schlecht Super Warum überlebt jetzt er? Leute Ich kann dich nicht reden Ich werde hier nur Abgesammelt Verarsch Nein Ach, Mann Oh Ich hasse Hunderter Und wie ich den hasse Ich hab ihn zwar schon einmal gekeilt Aber Ja Einmal ist keinmal So, wo soll ich jetzt Hingehen? Super Das nützt mir gar nichts Was du Ja Fick dich doch Das ist total unhöflich Was du hier so treibst Die hier so die ganze Zeit Auf mich warten Und dann mich abschließen wollen So, ich hab ihn verpasst Das ist einer von uns Hey Schieß ich einmal Dann geht er wieder Von der scheiß Visierung zurück Das ist ja voll assi Jetzt haben wir noch 55 Tickets Das ist natürlich ganz schlecht hier Können wir also nix mehr reißen Einerseits möchte ich jetzt vorsichtig spielen Ah, pack dich doch nicht an jedem Scheiß fest Einerseits möchte ich jetzt vorsichtig spielen Also ich meine Die Karte Ich nicht noch mehr Versaue Andererseits möchte ich jetzt gerne Ein bisschen durchrushen Dass ich da jetzt Eventuell noch ein paar sehe Das wäre halt jetzt noch Komplett nice Wenn ich da jetzt noch so ein paar Kleine Nerds Eliminieren könnte Geh da rein Geh da rein Oder wir sind tot Verdammt Da ist er doch Verdammt Nicht schon wieder Ach Mann Das ist peinlich Könnt euch gerne Im Chat über mich Chat Chat wäre toll Nein In dem Videokommentar natürlich Auslassen Wie ihr möchtet Aber wenn sie schon auf mich warten Um mich zu töten Dann muss ich ja irgendwie Ein Fan haben Ja Klar Der andere Liefert bei mir ein Headshot Und wir merken An Es ist wieder Einer mit Level 100 Ja ja Ich werde wahrscheinlich auch Irgendwann mal so sein Aber Wenn ich so sein sollte Dann Sagt mir Bescheid Ich werde sofort damit auf Nun gut Die Runde ist eh verloren Das Können wir Nicht mehr Rumdrehen Da kommt einer Ja Hahaha Ja Fick dich Was Ganz so klug wie ich Sind natürlich keine Aber Aber ja das war dann auch die Runde wieder Auf der schönen alten Map Und ich habe es immer noch nicht drauf Wie damals Deswegen haben wir jetzt 22 zu 28 wieder Aber immerhin ein Trost bleibt uns hier Die 10.000er Medaille Die liefert zumindest einige Punkte noch nach Die mir doch so fehlen Für mein Level 5 da Also schauen wir uns einfach mal die nächste Map noch an Was da auch so erwartet Wahrscheinlich auch wieder In der Back to CarCard Map Die schönen alten Maps Ja Das Bringt Erinnerungen wieder auf Und ja wir haben noch 13 Sekunden Dann könnt ihr zur nächsten Map wechseln Und sehen wie es mir da so geht Ich bin auch gespannt Also klickt doch da mal Einmal weiter und da hoch Bis zum nächsten Mal